So, herzlich willkommen zu FIFA 15 Ultimate Team und heute wollte ich erst mal mein Ultimate Team euch vorstellen und nachher dann mit ein paar Runden zocken und die Highlights rausschneiden und so. Und wie ihr hier schon seht, ich spiele mit der Aufstellung 4-1-2-2, weil ich finde die ist ganz in Ordnung, die gefällt mir, kann ich spielen. Und dann fangen wir mal an, hinten im Tor habe ich natürlich Manuel Neuer. Jetzt muss man natürlich sagen, ich mache jetzt ein komplettes Bundesliga-Team, habe an sich auch zwei, also an sich drei Stück, also ein gutes und das ist dann in zwei Teams unterteilt, mit denen ich dann mal abwechselnd spiele, um die Finis zu regenerieren. Ich halte Manuel Neuer mit Cat als Chemie-Stil. Neuer ist halt einfach neuer, 90 rated, das ist einfach ziemlich krass. Der hält so gut wie alles, das ist einfach ziemlich OP, wenn man halt einen guten Torwart hat, also wenn ihr Geld übrig habt und nicht wisst, was ihr upgraden sollt, ich würde sagen, geht erst auf den Torwart. So, Rechtsverteidiger, dem besten der Liga, Bis-Check. 81 Tempo, plus, naja, okay, ist nicht schlecht, aber der ist halt ein bisschen schnell, gefällt mir ganz gut. Innenverteidigung habe ich hier natürlich Hummels und Boateng, auch ziemlich stark, wobei Boateng, ja Hummels, halt hoch, mittel als Arbeitsreiherten hat, von daher kann es mich mal auf dem Mittelfeld rücken. Ist vielleicht nicht ganz so optimal als Innenverteidiger, aber vollkommen in Ordnung. Liegenverteidiger habe ich Rodriguez, den habe ich sogar gezogen, in einem Pack-Opening, ich glaube sogar in einem ersten. Ist der zweitbeste Liegenverteidiger der Liga, vom Rating her. Halaba kostet einfach im Moment zu viel. Ja, deswegen habe ich den auch, weil ich den gerade gezogen habe. ZDM, Schweinsteiger, einfach ein übelst krassen Schuss, passen auch ziemlich gut. Fernschüsse sind halt dafür extrem, natürlich jetzt nicht so ganz so schnell, aber für Schüsse aus der zweiten, dritten Reihe, richtig schöne Longsturz, ist der ziemlich cool. Rechts, Mittelfeld habe ich Müller, da gibt es natürlich auch wahlweise Vorfahren, aber auch Mejong, wo ich die halt in den anderen Teams spielen habe. Und hier auch die Chemie zum Schweinsteiger und natürlich Götze. 85 nun in FIFA 15. Ja, ist ganz souveräner ZOM. Links Mittelfeld habe ich mir Schöle gekauft, jetzt erst letztens für 47 Monate. Und der ist ja erst zu Wolfsburg gewechselt und so ein bisschen Reus-Ersatz, 88 Tempo, 83 Schießen, der geht schon ziemlich ab, wenn man über links so ein schönes Flügelspiel aufbaut. Das ist schon schön. Dann habe ich hier einen Stimmer, Lewandowski, 87 rated. Natürlich, wenn man jetzt hier links auf die einzelnen Werte guckt, wird man sagen, okay, wo hat der denn 87 verdient. Die Werte links, keine Ahnung, würde man hier jetzt 87 einschätzen, aber ich meine, wenn man den spielt, spielt der viel stärker. Weil der spielt schon wie ein 87er Overall-Rating-Spieler. Aber halt die links, die Werte finde ich irgendwie ein bisschen zu low. Und dann habe ich hier noch Ramos. 73 Füße ist zwar nur, aber der fühlt sich im Spiel halt einfach viel schneller an. Also nicht viel schneller, sondern viel stärker an. Der setzt sich mir durch alles durch und Fuß ist irgendwie angeschlecht, 86 Tempo. Und damit macht der auch schon was. Und ja, das ist mein Ultimate Team. Und dann würde ich sagen, ich spiele jetzt hier zwei Runden mit dem. Und steile ich dann die Highlights zusammen. Also bis, viel Spaß noch. Ja, another victory. Ich und meine Crew machen history. Walken around like you know what's up. Keep it down so you don't get crushed. Heart-pumped and adrenaline flow. Hands up for a leveling show. These moves are unforgivable. See that? It's so subliminal. Watch the Ork. Watch, watch the Ork. Move a little bit. Dance more. Watch the Ork. Watch, watch the Ork. Move a little bit. Dance more. Can you believe what you're seeing right now? Ay, 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 ay. Can you believe what you're feeling right now? Nay, 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 nay. Now we never stop from that mountaintop. Walk with me through the flames. Feature battle drum. Till the waters run through the fire and the rain. Keep going, keep going, keep going, keep going, keep going, keep going, keep going. Watch the Ork. Watch, watch the Ork. Now we never stop from that mountaintop. Walk with me through the flames. We got what it takes. Light it up. We're not going to play. One shot. Lock it in the show. Bit of magic and we keep it in the flow. Watch the Ork. Watch, watch the Ork. Move a little bit. Dance more. Watch the Ork. Watch, watch the Ork. Move a little bit. Dance more. Do you believe what you're seeing right now? Ay, 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 ay. Do you believe what you're feeling right now? Nay, 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 nay. Now we never stop from that mountaintop. Walk with me through the flames. Walk with me through the Ork. Beat your battle drunk till the war is won through the fire and the rain. Keep going, going, keep going, going, keep going, going. Watch the Ork. Watch, watch the Ork. Now we never stop from that mountaintop. Walk with me through the flames. No, we never stop from that mountaintop. Walk with me through the flames. Watch, watch, watch the Ork. Beat your battle drunk till the war is won through the fire and the rain. Watch, watch the Ork. Keep going, going, keep going, going. Watch, watch the Ork. Watch, watch, watch the Ork. Now we never stop from that mountaintop. Walk with me through the flames. Move, watch. Let's do this. Hold it. The Orkontade. Untertitelung des ZDF, 2020